Hallo liebe Fans der Astrologie und des Mondes. Herzlich willkommen zu diesem Video über den Mondzyklus im Juli. Und der ist diesmal besonders spannend, denn der Neumond erscheint als totale Sonnenfinsternis und der Vollmond als partielle Mondfinsternis. Bitte schaut euch zu den Konstellationen im Juli auch mein Video mit der kosmischen Schwingung an und natürlich meine Voraussagen für die zwölf Sternzeichen. Die Mondphasen im Juli betonen unsere Seelenverbindungen, nämlich mit der Familie, mit unseren Wurzeln oder auch mit einem Seelenpartner, der jetzt in unser Leben tritt. Bitte bedenkt dabei, dass ein Seelenpartner, den wir vielleicht aus einem vorherigen Leben kennen, nicht automatisch auch ein geeigneter Beziehungspartner ist. Es kann auch vorkommen, dass der Seelenpartner endlich ins Leben tritt, wir aber bereits anderweitig gebunden sind. Oder, dass wir mit dem Seelenpartner eine ganz andere Aufgabe haben, als eine Liebesbeziehung zu führen. Aber wer auf der Suche nach einer langfristigen Partnerschaft ist, kann im Juli tatsächlich fündig werden. Und eine Begegnung, die unter diesen Aspekten beginnt, kann sich zu einer langfristigen und ernsthaften Beziehung entwickeln. Die starken Mondknotenkräfte bedeuten außerdem, dass wir generell wichtigen Menschen begegnen können, die uns Türen öffnen oder bei Entscheidungen helfen. Der Neumond am 2. Juli ist exakt um 21.16 Uhr und erscheint als totale Sonnenfinsternis. Im Horoskop kann man das daran erkennen, dass sich der aufsteigende Mondknoten ganz in der Nähe der Neumondkonstellation befindet. Also hier haben wir den Neumond, das ist immer, wenn Sonne und Mond zusammenstehen und dicht daneben der aufsteigende Mondknoten. Am 1. Juli sende ich zur Einstimmung auf die Sonnenfinsternis einen Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal. Da seid ihr herzlich eingeladen. Die Sonnenfinsternis ist in Deutschland nicht zu sehen, sondern nur in Teilen Südamerikas. Das schmälert aber nicht ihre astrologische Bedeutung. Weil sie zugleich ein Neumond ist, der zusammen mit dem aufsteigenden Mondknoten im Familienzeichen Krebs steht, geht es um unsere seelischen Bindungen an die Familie oder auch einen Seelenpartner. Gegenüber am absteigenden Mondknoten stehen Saturn und Pluto und zeigen uns, wie schon in den vorherigen Monaten, dass wir gegebenenfalls auch mit unserem Karma konfrontiert werden. Das heißt mit den Konsequenzen aus Entscheidungen, die wir früher im Leben oder auch in einem vorherigen Leben getroffen haben. Bei einer Sonnenfinsternis blendet der Mond gewissermaßen für eine Weile das Licht der Sonne aus. Das bedeutet in der Astrologie, dass Emotionen und Botschaften aus dem Unterbewusstsein, die sonst gerne von der Vernunft und dem Wachbewusstsein verdrängt werden, stärker hervortreten. Wir kommen also intensiver in den Kontakt mit verdrängten Gefühlen, was uns dabei helfen kann, solche Gefühle endlich mal zuzulassen. Das kann zum Beispiel eine gute Gelegenheit sein, alte Ängste anzuschauen oder sich liebevoll dem inneren Kind zuzuwenden. Oder sich mit alten Familienfotos zu beschäftigen und darüber die Erinnerungen zu aktivieren. Über diese Themen habe ich auch ausführlich in meinem Special über den Mondknoten im Krebs gesprochen. Es heißt, finde deine Heimat. Wir sollten uns also zu Neumond Zeit nehmen, unsere aufsteigenden Gefühle wahrzunehmen, entweder aus unserem Inneren oder durch Familienangelegenheiten oder durch die Begegnung mit einem Seelenpartner. Das zunehmende Mondviertel am 9. Juli ist auch sehr interessant, denn dann steht der Mond in der Waage und aktiviert das Thema Partnerschaften und Beziehungen, das in diesem Neumond schon geschlummert hat. Wenn ihr jemanden neu kennengelernt habt, kommt es dann vielleicht zu einem erneuten Treffen, das euch mehr Aufschluss über die Natur dieser Beziehung gibt. Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, ist es eine Gelegenheit, mit dem Herz aller Liebsten über die Gefühle zu reden, die euch beschäftigen. Und wenn ein Verwandter oder ein Familienmitglied Trost und Hilfe braucht, solltet ihr euch dieser Person liebevoll zuwenden. Bei all dem müsst ihr allerdings darauf achten, dass es nicht zu Missverständnissen oder Enttäuschungen kommt, beispielsweise weil jemand seine Meinung ändert oder Termine platzen, denn am Tag vor dem zunehmenden Mondviertel wird der Merkur rückläufig. Aber der Mond steht in der Waage günstig und bildet außerdem einen schönen Aspekt mit Glücksplanet Jupiter, was gegenseitiges Wohlwollen und Unterstützung fördert. Auf der anderen Seite haben wir weiterhin Spiritualitätsplaneten Neptun und der steht hier im günstigen Aspekt zur Mondknotenachse. Und dadurch können wir uns, wenn wir das wollen, gefühlsmäßig gut in andere Menschen hineinversetzen. Es ist auch eine Konstellation der Hilfsbereitschaft und Zuwendung. Der Vollmond am 16. Juli wird exakt um 23.38 Uhr und erscheint als partielle Mondfinsternis. Die ist übrigens in Teilen Deutschlands gut sichtbar, wenn das Wetter mitspielt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, kommt am 15. Juli in meinen Livestream hier auf YouTube, da mache ich einen Mondfinsternis-Talk. Astrologisch ist die Mondfinsternis sehr interessant, denn zu diesem Vollmond trifft sich die Venus mit dem Mondknoten. Und das heißt, in den Tagen rund um den Vollmond ist die Chance, auf einen Seelenpartner oder wichtige Menschen zu treffen, besonders hoch. Deswegen solltet ihr euch da nicht verkriechen, sondern unter Leute gehen. Vielleicht könnt ihr euch ja mit Gleichgesinnten verabreden, um die Mondfinsternis zu beobachten. Das habe ich jedenfalls vor. Die Venus steht dann also auf dem Mondknoten, allerdings auch genau in Opposition zu Saturn am absteigenden Mondknoten, wo dann zu Vollmond auch der Mond steht. Das heißt, der wichtige Mensch, der in euer Leben tritt, kann jemand sein, den ihr aus der Vergangenheit bereits kennt. Krebsgeborene, die zwischen dem 2. und 16. Juli Geburtstag haben und Steinbockgeborene, die zwischen dem 2. und 16. Januar geboren sind, werden von den beiden Finsternissen besonders betroffen sein. Und sie stehen außerdem unter dem Einfluss von Saturn und Pluto. Da kann es nicht nur in der Liebesituationen geben, die möglicherweise lebensverändernd wirken, sondern auch in dem Bereich Arbeit und Beruf. Zum Beispiel, weil Vorgesetzte hohe Anforderungen stellen. Und dann gibt es Konflikte zwischen der Verantwortung, die ihr für die Familie übernehmen wollt, und dem beruflichen Druck, vor allem, wenn ihr Deadlines habt. Auch in eurer Wohnsituation kann es wichtige Entwicklungen geben, zum Beispiel einen Umzug oder eine Renovierungsmaßnahme. Es ist gut möglich, dass diese Prozesse bereits im Gange sind, denn vor allem die Sonnenfinsternis hat einen Wirkungsbereich bis zu drei Monaten vorher und bis zu neun Monaten nach dem Ereignis. Das gilt besonders dann, wenn ihr direkt in den Tagen um die Sonnenfinsternis Geburtstag habt. Wenn ihr in dieser Hinsicht Beratungsbedarf habt, stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung und ihr könnt euch bei mir melden, damit wir in euer Horoskop schauen. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Zum abnehmenden Mondviertel am 25. Juli steht der Mond im Stier und befindet sich in Verbindung zu Unruhestifter Uranus. Der Mond selber steht im Stier erhöht, also das ist ein astrologischer Fachbegriff und das heißt, dass der Mond da eigentlich sehr stabil steht. Doch Uranus scheint daran zu rütteln. Mit diesem Mondviertel beginnt eine unruhige Phase mit unerwarteten Wendungen und Planänderungen, die uns noch bis etwa zum 8. August beschäftigen wird. Da müssen wir flexibel sein, aber wir sollten auf Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen möglichst verzichten. Das kann auch zu einem Test für manche Beziehung werden, wenn sich ein unerwarteter neuer Flirt ergibt oder die Begegnung mit einer Person aus der Vergangenheit uns emotional aufwühlt. Wer dadurch in ein Dilemma gerät und meint, sich kurzfristig zwischen der alten und der neuen Beziehung entscheiden zu müssen, dem raten die Sterne davon ab. Im Zweifelsfalle lasst euch Zeit. Es wird sich auf die Dauer herausstellen, ob die neue Entwicklung es wirklich wert ist, dafür den Zusammenhalt der Familie und bestehender Beziehung, die uns bisher viel bedeutet haben, zu gefährden. Der Mondknoten im Krebs zeigt, dass wir jetzt unsere Wurzeln und unsere emotionalen Bindungen hochhalten sollten. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus mit den beiden Finsternissen im Juli. Mehr zum Thema Karma und Mondknoten erfahrt ihr in dem Video Finde Deine Heimat. Die Tendenzen für die zwölf Sternzeichen im Juli sind nun online und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung an. Da könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen!